herzlich willkommen meine lieben roller simson zwei tag tuning freunde freunde der gepflegten unterhaltung hier beim schrauberkönig in solingen in seiner werkstatt am rednerpult so freunde wenn ihr fragen habt anregungen probleme ja hier ist noch mal meine e mail adresse da könnt ihr mir von mir aus auch bilder schicken etc viele fragen mich ja die haben probleme und eine ferndiagnose ist immer schwer deswegen schickt mir das hier auf schrauber punkt könig at yahoo.com da werden alle eure fragen geklärt so weit wie ich es kann ich bin natürlich auch kein hellseher das müsst ihr verstehen so aber heute geht es um die fraktion der 125er bis 180er zweitakter ist eigentlich auch blödsinn was ich heute erzählen möchte gilt generell für jeden zweitakter für jeden ob nun 50 kubik aber ich habe halt die teile liegen von 125 beziehungsweise 180 kubik zentimeter ich hänge euch mal aufs stativchen und dann schauen wir mal weiter so freunde bisschen kleiner gemacht also wie gesagt mit der e mail adresse da könnt ihr mir alles drauf schicken ich schaue mir das an und ihr bekommt innerhalb von einer stunde spätestens eine antwort so kriegt hier in keiner werkstatt so freunde ich habe mal was vorbereitet und zwar es geht heute speziell erstmal um luftgekühlten motor spielt ja auch keine rolle das könnte man auch auf einen wasser gekühlten münzen ja ich habe in dem vorvorletzten video gesagt schaut euch übrigens meine 180 videos an die mittlerweile online sind 180 videos dass die auslassfläche eine ganz 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 große rolle spielt zum vergaser so darauf möchte ich jetzt noch mal zurückkommen hier haben wir einen serienmäßigen skr oder tph zylinder 125 kubik zentimeter hier ja der hat ein lux line ich messe das eben hier mit dem mess schieber ich zeige euch das gleich von 26,54 mm dazu haben wir den passenden krümmer ja das ist übrigens ein super krümmer der hat kein rost gar nichts guckt euch den an der ist neuwertig ja mit einem loch ich messe das von das ist sogar noch kleiner guckt euch das an also was haben wir dann wieder eine prallkante und das wollen wir nicht noch nicht mal im auslassbereich ja so also das hier ist eine einheit ja gehört andersrum ich stecke das jetzt nur mal eben drauf das ist eine einheit der gehört andersrum 180 grad verdreht ähm das funktioniert soweit für serienmotoren ja achso und wenn einer weiß wofür die beule hier in den ganzen krümmern ist der kann mir das bitte erzählen ich habe da noch nichts drüber rausgefunden ich kann mir nur denken dass das irgendwie mit dem flow also zusammenhängt wenn die abgase zurückkommen oder ob das eine drossel ist das nicht also dafür ist das zu wenig ich habe keine ahnung wer es weiß bitte in die kommentare oder halt auf yahoo so ich nehme das noch mal weg jetzt kommen wir zu meinem geporteten das ist übrigens nur mein übungszylinder ja so schaut mal hier der hat ein loch steht auf null ja der hat ein loch von 34,6 der krümmer dazu das ist dieser bekannte edelstahl krümmer der überall verkauft wird für mehr leistung ja also wird es hervorgetan ähm leute ich erzähle euch gleich was dazu ja so guckt mal der ist minimal größer an zehntelchen zwei zehntelchen größer ach ich messe ja noch ein bisschen schief ja passt genau ja das wollen wir haben dass wenn das gas zurück drückt vor den auslass wir hier keine prallkanten haben genauso wenn es ausgestoßen wird ja das müsst ihr euch vorstellen in dieser weise das ist die dichtung dafür die ist mitgeliefert worden die ist natürlich viel 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 zu groß spielt keine rolle machen wir erst mal drauf so seht ihr das ja also Wahnsinn wenn ihr euch jetzt den edelstahl krümmer kauft um zu tunen und ihr macht den ist ja egal ob jetzt tph skr ne oder aprilia äh oder runner ich weiß nicht da gibt es hunderttausende von diesen rollerkin und macht ihn hier auf den serienmäßigen zylinder freunde das klappt nicht ihr merkt keine mehr leistung kann ich euch versprechen wenn ihr pech habt habt ihr sogar noch weniger leistung ja guck mal hier wenn ich hier die dichtung drauf lege was hier eine prallkante entsteht so wenn ihr den dicken edelstahl krümmer echt montieren wollt müsst ihr den durchmesser vom auslass das gilt generell für jeden zweitakter auf den durchmesser des krümmers anpassen herstellen fräsen ist das nicht gegeben funktioniert der krümmer nicht richtig ihr gase strömen aus und es kommt auch ein teil der gase zurück das dürft ihr nie vergessen das ist das prinzip eines zweitakt das so ja das war es eigentlich erstmal das wollte ich euch nochmal erklären also wie gesagt schaut meine 180 anderen videos an vielleicht ist für einen oder den anderen was dabei und zwei videos vor dem erkläre ich nochmal was zu der auslass und vergaserfläche könnt ihr euch auch gerne angucken ne und wie gesagt das ist ein verkaufsschlager hier der edelstahl krümmer ich habe den jetzt aber weil ich alles umgebaut habe modifiziert habe kommt der auch zum einsatz so und dann wollen wir mal sehen wo der frosch seine locken hat und wie gesagt kommen fragen auf et cetera bitte hier an schrauber.könig at yahoo.com so liken abonnieren kommentieren glocke nicht vergessen freunde das ist ein schöner kanal ich denke mal da ist für jeden was dabei und es wird erklärt und wenn es nicht verstanden wird kann ich gegebenenfalls nochmal ein video machen da habe ich auch keine probleme mit da ist also keine arroganz von meiner seite ja ich habe früher viele lehrlinge ausgebildet und viele von denen sind jetzt mittlerweile meister betriebsleiter ähm ja was soll ich dazu noch sagen sind alles nette menschen geworden hilfsbereit die helfen mir oft wenn ich probleme habe hier auf dem grundstück und so muss das sein deswegen ich erkläre es immer und immer wieder sollte was nicht verstanden werden meldet euch über yahoo und dann ist alles gut ich wünsche euch einen schönen tag freunde bleibt mir gesund und nochmal danke an meine abonnenten super super ich bin echt happy hätte ich nicht gedacht dass das so viele leute interessiert und ich wünsche euch einen schönen tag tschüss 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 tschüss